Und da bin ich wieder. Willkommen bei meinem Let's Play. Ich spiele Comant HQ und es geht jetzt gleich weiter. Ja, da haben wir schon gleich ein Riesenproblem hier in Saudi-Arabien. Werde mir die Ölfelder klauen, das ist natürlich ziemlich geschickt. Und ich kriege ein echtes Problem, wenn ich kein Öl mehr habe. Das macht er leider nicht schlecht, muss ich zugeben. Aber ich kann mir möglicherweise hier zumindest ein neues holen. Ist natürlich kein großer Ersatz gegen die drei, die ich hier verlieren kann, aber naja. Geld habe ich auch keins im Moment. Ah ja, das U-Boot hat er zurückgezogen. Gut. Das werde ich schon mal versuchen in die Zange zu nehmen. Und mein Kreuzer konnte dann kommen und kann sich hier reparieren. Das ist gut. Also Panama ist auch erstmal safe. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Wir brauchen Öl und deswegen werde ich diese Einheit nach Mexiko schicken. Zu dem Ölfeld da. Und dann werde ich auch gleich noch diese Einheit zu dem Ölfeld nach Venezuela schicken. Und was haben wir hier? Oh. Hat er schon besetzt hier? Oder hat die gleiche Absicht wie ich? Hm. Nicht schlecht. So, der muss ich mal dringend zurückziehen hier. Der ist auch schwer beschädigt. Aber, wir werden mal sehen. Vielleicht kann ich den Kreuzer noch zerlegen. Das wird natürlich auch gut. Aber hier... Oh. Die werde ich verlieren. Und hier hat er auch im Moment irgendwie im Mittelmeer die Oberhand. Muss ich ehrlich gestehen. Oh, oh, oh. Okay. Ich brauche diesen Flieger. In Europa. Und das nächste Schiff ist weg. Eieieieiei. Was tun. Ja, immerhin. Also hier bin ich einigermaßen zuversichtlich. Das läuft. Das war meine letzte Einheit in Saudi-Arabien. Wie ich die da jemals wieder raus treiben wollte, weiß ich auch noch nicht. Europa läuft auch nicht. So toll. Ich brauche die hier mittelmeer. Ich brauche die hier mittelmeer. Ich brauche die hier mittelmeer. Und ich denke mal, ich kriege dieses U-Boot. Und das mal drinnen zurückziehen hier. Dazu ist mein Flugzeugträger zu kostbar. Naja, zumindest ist jetzt hier irgendwie in Mitteleuropa zumindest sein Panzervormarsch einigermaßen gestoppt worden. Jetzt hat er sich ein Ölfeld hier geschnappt. Und da hat er noch einen Kreuzer. Den muss ich zurückziehen, der ist schwer beschädigt. Ja, der ist bestimmt hinter meinem Flugzeugträger her, denke ich mir. Weil die sind kostbare Einheiten, die kosten so viel wie zwei Kreuzer. Ja, da hab ich ihn. Gut. Dann können wir uns vielleicht um den Kreuzer hier noch kümmern. Aber hier in Saudi-Arabien? Oh, warte. Da hab ich ein echtes Problem. Da kommt er mit seinem Kreuzer an. Oh, und ich hab mein Flugzeug verloren. Ah. Du verflixt. So ein Pech. Und was war das? Wie hat er das denn geschafft? Oh, oh. Da krieg ich ein echtes Problem. Oh, oh. Da krieg ich ein echtes Problem. So, jetzt mach doch mal dieses U-Boot fertig da. Die ganze Zeit mein Flugzeugträger verfolgt. Aber ich finde hier ist er stecken geblieben. Oh. Hätte ich nicht zu früh sagen sollen. Ah, okay. Der kommt keinen Augenblick zu spät hier. Ich hoffe, der kann hier in Paris die aufhalten. Ah ja, hier, da sehen wir auch noch was. Das ist noch eine Sache, die wichtig ist. Unten rechts seht ihr ja, da steht über der Einheit Pinnt. Das heißt, dieser Panzer kann sich im Moment nicht fortbewegen. Ähm, das ist immer ganz wichtig, dass man Einheiten pinnt. Weil dann kämpfen sie an Ort und Stelle. Und Panzer sind ja eigentlich dazu da. Wie ich schon mal erwähnte. Um durch Frontlinien durchzubrechen. So, deswegen ist das immer schon mal ein gutes Zeichen. Wenn die stehen geblieben sind. Weil die sich erstmal festgerannt haben, dann werden sie meistens aufgerieben. hoff ich. Ja. Und den muss ich zurückziehen hier. Wie sieht's hier aus? Ja, das könnten wir schaffen. Könnte grad so hinhauen. Ha! Kaum hab ich's gesagt. Wo ist denn hier mein... Der Flieger ist auch weg. Hm. Hm. Also schön ist anders. Sag ich mal. Hm. 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 Und ich habe ein Öl-Problem. So, schaut mal hier. Weil das hier blinkt. Das deutet an, dass ich mehr Öl-Ausgaben als Einnahmen habe. Und ja, das kann ein echtes Problem werden. Oh, mein Wecker. Wir müssen Schluss machen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.